Herzlich willkommen! Heute präsentieren wir euch eine Kryptowährung, die neue Kryptomillionäre hervorbringen wird. Neben innovativer Technik und einem stetig wachsenden Ökosystem bietet dieses Kryptoprojekt enorme passive Einkommensmöglichkeiten. Wie auch du von dieser Chance profitieren kannst, das zeigen wir dir in der heutigen Ausgabe von täglich Bitcoin und Krypto. Neben einem stark wachsenden Ökosystem profitieren Investoren von zahlreichen Airdrops. Sie bekommen also Belohnungen in Form von neuen Tokens dafür, dass sie die Kryptowährung, die wir dir heute vorstellen, halten. Wie auch du diese Airdrops bekommen kannst, das zeigen wir dir jetzt. Und diese Woche verlosen wir unter allen Kommentaren einen kostenlosen Live Call in unserer internen Akademie, wo du uns deine Fragen ganz persönlich stellen kannst. Der beste Kommentar der Woche gewinnt. Damit willkommen bei täglich Bitcoin und Krypto. Wir recherchieren den ganzen Tag für euch, um die wichtigsten News, Trends und Analysen zu finden und euch auf dem neuesten Stand zu halten. Wer wir sind? Karl Hudertz, vielen bekannt als Carlos, sowie Tobias Reisner und Valentin Unger. Näheres findet ihr im Link zu unserer Akademie unter diesem Video. Wenn ihr in Kryptowährungen investieren möchtet, schaut euch unbedingt das ganze Video an, um alle Hintergrundinfos zu erfahren und gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal. Weil uns viele Fragen empfehlen, wir Atani. Mit Atani kannst du an bis zu 20 Börsen gleichzeitig handeln. Wir sind von der Vielseitigkeit dieses Tools absolut begeistert. Den Link zu Atani findest du unter dem Video. Die dezentrale Finanzwirtschaft hat sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Bereiche der Kryptosphäre entwickelt und weist im Moment einen Total Value Locked, also einen Gesamtwert an eingesetzten Vermögenswerten von über 181 Milliarden US-Dollar vor. Während Ethereum hierbei den größten Anteil ausmacht, nämlich etwa 128 Milliarden US-Dollar, ist unser heutiges Krypto-Projekt die viertgrößte Blockchain im Bereich der dezentralen Finanzwirtschaft mit einem eingesetzten Wert von über 8,5 Milliarden Dollar. Unser heutiges Video dreht sich um Terra, seine Funktion, sein Ökosystem und wie ihr davon profitieren könnt. Terra ist ein Blockchain-Protokoll, das an Fiat-Währungen gekoppelte Stablecoins verwendet, um preisstabile globale Zahlungssysteme zu betreiben. Dem White Paper zufolge kombiniert Terra die Preisstabilität und breite Akzeptanz von Fiat-Währungen mit der Zensurresistenz von Bitcoin und bietet zudem schnelle und erschwingliche Abwicklungen. Die Entwicklung von Terra begann bereits im Januar 2018, wobei das Hauptnetzwerk im April 2019 offiziell gestartet wurde. Mit Stand September 2021 bietet Terra Stablecoins an, die an den US-Dollar, den südkoreanischen Won, den mongolischen Tugrik und den Währungskorb der Sonderziehungsrechte des internationalen Währungsfonds gekoppelt sind. Und es ist geplant, weitere Optionen einzuführen. Terras eigener Token Luna wird hierbei verwendet, um den Preis der Stablecoins des Protokolls zu stabilisieren. Luna-Inhaber können zudem Vorschläge zur Unternehmensführung einreichen und darüber abstimmen, welche Neuerungen durchgeführt werden, was ihm die Funktionalität eines Governance-Tokens verleiht. Terra möchte sich durch die Verwendung von an Fiat-Währungen gebundenen Stablecoins von anderen Anbietern abheben und erklärt, dass es die grenzenlosen Vorteile von Kryptowährungen mit der täglichen Preisstabilität von Fiat-Währungen kombiniert. Die 1-zu-1-Bindung wird durch einen Algorithmus aufrechterhalten, der das Angebot an Stablecoins automatisch an die Nachfrage anpasst. Steigt die Nachfrage nach UST, dem Stablecoin des Terra-Ökosystems, werden Luna-Tokens verbrannt, um UST zu erzeugen und die Nachfrage zu decken. Terra hat weiterhin eine Reihe von Partnerschaften mit Zahlungsplattformen geschlossen, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum. Im Juli 2019 gab Terra eine Partnerschaft mit Chai, einer in Südkorea ansässigen mobilen Zahlungsanwendung bekannt, bei der Käufe, die über die Anwendung auf E-Commerce-Plattformen getätigt werden, über das Terra-Blockchain-Netzwerk abgewickelt werden. Darüber hinaus wird Terra von der Terra Alliance unterstützt, einer Gruppe von Unternehmen und Plattformen, die sich für die Adaption von Terra einsetzen. Neben einem aufstrebenden DeFi-Ökosystem bietet Terra zusätzlich seinen eigenen US-Dollar-Stablecoin. Terra USD ist hierbei der dezentralisierte und algorithmische Stablecoin der Terra-Blockchain. Es handelt sich um einen skalierbaren, ertragbringenden Token, der an den US-Dollar gekoppelt ist. Terra USD, kurz UST, wurde geschaffen, um der Terra-Gemeinschaft einen Mehrwert zu bieten und eine skalierbare Lösung für dezentrale Finanzanwendungen inmitten der Skalierbarkeitsprobleme anderer Stablecoins zu bieten. In diesem Zusammenhang verspricht UST den Nutzern ein höheres Maß an Skalierbarkeit, Zinsgenauigkeit und Interchain-Nutzung. Während andere Stablecoins wie USDT und USDC oftmals skeptisch betrachtet werden und ins Visier von Kritik fallen, ist UST algorithmisch besichert und gilt mittlerweile als der skalierbarste aller Stablecoins. Terra kann jedenfalls ein äußerst aufstrebendes und innovatives Ökosystem vorweisen, welches in den Augen der Community noch enorme Kurssteigerungen vor sich hat, auf die wir am Ende dieses Videos noch zu sprechen kommen. Um nun auf die angesprochenen Profite zu kommen, widmen wir uns jetzt den Gewinnmöglichkeiten durch sogenannte Airdrops. Ein Airdrop ist in diesem Bezug eine Verteilung eines zumeist neuen Kryptowährungstokens in der Regel kostenlos an zahlreiche Wallet-Adressen. Airdrops werden in erster Linie eingesetzt, um Aufmerksamkeit und neue Anhänger zu gewinnen, was zu einer größeren Nutzerbasis und zu einer breiteren Auszahlung von Münzen führt. Im Normalfall ist entweder das Halten eines anderen Coins ausreichend, um Profiteur eines solchen Airdrops zu werden, oder der Einsatz seiner Anlagen im Rahmen von Staking. Ein Beispiel hierfür wäre der aktuelle Airdrop beim Projekt Orion Money. Orion Money ist hierbei eine dezentrale Finanzanwendung, deren Vision es ist, eine kettenübergreifende Stablecoin-Bank zu werden, die nahtloses und reibungsloses Stablecoin-Sparen, Kreditvergabe und Ausgabe ermöglicht. Innerhalb der Orion Money Stablecoin-Bank sind drei Hauptprodukte geplant. Orion Saver, Orion Yield & Insurance und Orion Pay. Bezugnehmend auf Airdrops veröffentlichte das Unternehmen kürzlich erst den Plan, sowohl über Ethereum als auch über das Terra-Ökosystem seine Tokens ausschütten zu wollen. Insgesamt 4% des gesamten Angebots an Orion Token will das Projekt hierbei ausgeben. 3% auf der Ethereum-Blockchain und 1% auf Terras Netzwerk. Der Meldung nach zu urteilen, wird der Airdrop an Staker von Luna Tokens sowie Orion-Validatoren ausgeschüttet. Ein Blick auf die Website smartstake.io zeigt zudem, dass aktuell an die 28 Airdrops innerhalb des Terra-Ökosystems stattfinden. Während zwar nicht jedes Projekt dazu bestimmt ist, profitable Preisentwicklungen zu durchleben, gibt es dennoch Beispiele von Projekten, die vielversprechende Kursgewinne verzeichnen konnten. Das Orion-Protokoll konnte in diesem Zusammenhang von Juli 2020 bis März 2021 eine 25-fache Kursentwicklung durchleben. Neben regulären Kursgewinnen bieten solche Airdrops also großes Potenzial, zusätzliche Gewinne lukrieren zu können. Zusätzlich zur Möglichkeit, Luna Token einzusetzen und Airdrop-Belohnungen zu erhalten, zeigen wir euch vor dem Ende des heutigen Beitrags noch einmal das Pylon-Protokoll. Mit Hilfe dieses Kryptoprojekts könnt ihr den vorhin vorgestellten UST-Stablecoin einsetzen, um als Belohnung Token-brandneuer Projekte zu erhalten. Dies stellt sich als äußerst praktische Art dar, um sich ohne den Verlust anderer Vermögenswerte an neuen Kryptoprojekten zu beteiligen. Abschließend ist zu sagen, dass Terra ein enorm innovatives Projekt ist, das ein sehr vielversprechendes Ökosystem mit einer Vielzahl an Projekten innerhalb seines Netzwerks vorweisen kann. Aktuell befindet sich das Projekt an zwölfter Stelle der Kryptocharts mit einer Marktkapitalisierung von etwa 15 Milliarden US-Dollar. Neben den in diesem Video vorgestellten Airdrops, die euch mit etwas Glück alleine schon beeindruckende Gewinne verschaffen könnten, bietet Terra an sich ebenfalls großes Aufwärtspotenzial. Innerhalb der Community ist man sich hierbei einig, dass der Terra-Token, welcher aktuell bei etwa 39 US-Dollar gehandelt wird, in den kommenden Jahren das Potenzial hat, bis auf 1.000 US-Dollar anzusteigen. Angenommen, eine solche Entwicklung wird tatsächlich stattfinden, wäre das eine Steigerung von fast 2.600 Prozent. Um mit einer Investition in Terra somit zum Millionär zu werden, würde es eine Anfangsinvestition von etwa 39.000 US-Dollar benötigen. Wie immer muss man hierbei bedenken, dass in einem gut diversifizierten Portfolio mehr als nur eine Investition zu finden ist und neben alleinigen Kursgewinnen weitere Arten von passivem Einkommen existieren. Zur Erinnerung. Diese Woche verlosen wir unter allen Kommentaren einen kostenlosen Live-Call in unserer internen Akademie, wo du uns deine Fragen ganz persönlich stellen kannst. Der beste Kommentar der Woche gewinnt. Wir halten fest. Im heutigen Video haben wir euch Terra und sein Ökosystem vorgestellt. Neben dem Angebot verschiedener auf Fiat-Währungen basierender Stablecoins ist das Terra-Netzwerk Heimat für eine Vielzahl von aufstrebenden Kryptoprojekten. Zusätzlich haben wir euch das System von Airdrops innerhalb des Terra-Ökosystems präsentiert und wie ihr davon profitieren könnt. Unter der Annahme, dass die Terra-Community recht behält und das Projekt in den nächsten Jahren eine Preisexplosion bis hin zu 1.000 US-Dollar erlebt, wäre eine Investition von etwa 39.000 US-Dollar nötig, um mit einer alleinigen Investition in Terras Luna-Token Millionär zu werden. Wobei hierbei anzumerken ist, dass ein Kryptoportfolio zumeist aus mehreren Kryptowährungen besteht und neben Kursgewinnen weitere Einnahmequellen für Kryptoanleger existieren. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne einen Kommentar.